Ja, gestern, liebe Motorsportmagazin.com Freunde, haben wir ja noch schön auf unserem Stuhl gesessen in der Sonne, haben die Stimmung hier in Ungarn genossen. Heute ist davon nicht mehr besonders viel übrig, es regnet und das hat uns den Tag ganz schön vermiest. Nicht, weil wir da nicht so schön in der Sonne sitzen konnten, sondern weil auf der Strecke einfach richtig, richtig wenig los war. Vor allem im zweiten freien Training, das war schon eine richtig große Farce. Bin richtig wütend geworden, allerdings muss man sagen, so richtig dafür kann letztendlich dann doch niemand was. Denn es war phasenweise einfach ein bisschen zu nass für Slicks. Keiner will natürlich im freien Training das Risiko eingehen, hier irgendwo in der Bande zu landen. Hat ja Alex Elberne eh schon geschafft, auch wenn das andere Gründe hatte, nicht unbedingt nur wegen der Nässe. Und für die Intermediate-Reifen war es einfach noch zu trocken. Das heißt, klar hätte man mit denen fahren können, aber man hätte sie sich natürlich sofort kaputt gemacht. Und da die Wetterprognose so ist, dass es am Rest des Wochenendes auch noch nass werden könnte, wollte man sich die Intermediates nicht unbedingt sofort kaputt fahren. Und dann, ja klar, wer einen Intermediatesatz hergenommen hat, der kriegt noch einen neuen. Aber wenn man sich natürlich den einen Satz schon innerhalb von einer Runde kaputt fährt, dann hat man auch keinen mehr fürs Ende des Trainings. Und deswegen verliert man dann vielleicht einen für den Rest des Wochenendes. Also verständlich irgendwie, dass keiner gefahren ist. Natürlich richtig bitter, nicht nur für uns, für uns wahrscheinlich noch am wenigsten, aber für die Fans, die hier hergekommen sind, Geld bezahlt haben und natürlich auch am Bildschirm. Und wir konnten natürlich keine schöne Freitagsanalyse machen. Das ist die Erklärung dafür, wieso es die nicht gibt. Aber wir hatten viele andere spannende Themen. Max Verstappen war so ein Thema. Nicht er selbst, sondern eigentlich sein Vertrag, wie es mit ihm weitergeht in der Zukunft. Es gab ja viele Spekulationen. Immer wieder gibt es da so ein paar Störfeuer, auch von Mercedes, dass da Toto Wolff angeblich mit den Verstappens spricht. Ich habe heute bei Dr. Helmut Marko mal nachgefragt und er hat gesagt, naja, letztendlich ist Max der Entscheidende und nicht Jos. Und sie sind hier sehr, sehr relaxed. Er schätzt die Chance, dass tatsächlich Max Verstappen seinen Vertrag vorzeitig beenden könnte auf unter einem Prozent. Es gibt diese Ausstiegsklausel, das hat er ja schon öfter bestätigt. Die Ausstiegsklausel gibt es, weil man sich nicht ganz sicher war mit Honda, wie das laufen wird in dieser Saison. Deswegen wollten die beide Seiten drin haben oder war es für beide Seiten okay, dass diese Ausstiegsklausel gibt. Man wusste einfach überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen wird. Und die Frage ist, wie sieht diese Ausstiegsklausel konkret aus? Ganz konkret will uns das niemand sagen, aber man hat immer wieder so gehört. Ein Sieg und Platz 3 in der WM zur Sommerpause. Jetzt steht es aktuell so, Max liegt auf Platz 3 in der WM-Wertung, hat 162 Punkte, Sebastian Vettel auf Platz 4, dahinter 141. Das heißt, 21 Punkte Vorsprung. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Max Verstappen hier noch Platz 3 verliert. Also das ist jetzt unsere Annahme, wie das Ganze ausschauen wird. Und Dr. Helmut Marko hat mir bestätigt, am Sonntag ist es dann definitiv vorbei. Also das heißt, diese Ausstiegsklausel dreht sich konkret um irgendwas bis zur Sommerpause. Es müsste, wie gesagt, mit dem Teufel zugehen. Fünf Punkte muss er mindestens holen, Max Verstappen, wenn Sebastian Vettel das Rennen gewinnt und sogar noch die schnellste Rennrunde fährt. Also wir gehen mal stark davon aus, dass nach diesem Rennen hier alles fix ist, was 2020 und Max Verstappen mangelt. Dazu muss man ja auch noch sagen, selbst wenn er sich aus dieser Klausel rausfahren sollte, ob er es will oder nicht, was auch immer, muss er ja auch danach noch entscheiden, okay, er will jetzt weg und braucht dann auch noch ein Angebot. Also das heißt, nur weil er die Klausel dann wahrnehmen könnte, heißt das nicht, dass er gleich abhauen würde. Würde vielleicht die Option eröffnen, dass er ein bisschen mehr Geld verlangen kann, was auch immer. Aber gehen wir mal nicht davon aus. Ein anderes sehr interessantes Thema, das hier heute viel besprochen wurde, war der Kalender für die nächste Saison. Eigentlich steht es auch im Reglement drinnen, 21 Rennen wird es geben. Es hieß auch immer wieder bei den Verhandlungen mit Hockenheimring und so weiter, nein, Kalender wird nicht aufgestockt, es bleibt bei 21 Rennen. Wir wissen ja alle, mit Vietnam und Sandford kommen zwei Rennen dazu. Das heißt, eigentlich hätten auch zwei Rennen rausfallen müssen. Jetzt gibt es drei Rennen, ist immer noch so, die immer noch keinen Vertrag haben für 2020. Das ist Mexiko, Spanien und Deutschland. Es hieß immer, von diesen drei müssen zwei wegfallen, eins kann bleiben. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Man spricht auf einmal doch wieder von 22 Rennen. Das erfordert natürlich auf der einen Seite eine Änderung des sportlichen Reglements, in dem maximal 21 Rennen festgelegt sind. Und da wird es schon ein bisschen tricky, muss man tatsächlich sagen. Es geht auf der einen Seite ums Geld. Ein zusätzlicher Grand Prix kostet die Teams zusätzlich Geld. Müssen ja weiter reisen, das Team da hinbringen und so weiter. Natürlich gibt es das Fee, also das heißt die Antrittsgebühr, die von dem Promoter bezahlt werden muss. Die kommt aber nicht so ganz bei den Teams an, denn wir wissen alle, es geht erstmal an Liberty Media. Nur ein gewisser Teil des Geldes wird ausgeschüttet, das zu ungleichen Teilen. Dann ist die Frage, rentiert sich das für die Teams überhaupt, dann zusätzliches Rennen zu fahren. Wahrscheinlich könnte man da eine Regelung finden, dass ein bisschen mehr Geld als üblich an die Teams ausgeschüttet wird. Trotzdem ist es fraglich. Fraglich auch, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, braucht man deswegen mehr Motoren? Eigentlich ist das Ganze ja nur auf 21 Rennen ausgelegt mit den Motorkomponenten aktuell. Bräuchte man dann tatsächlich vielleicht mehr Motoren, wenn man dieses Rennen mehr fährt? Dann gibt es einige, die sagen, okay, wenn wir einen zusätzlichen Motor bezahlen müssen, dann rentiert sich dieses Rennen auf keinen Fall. Dann gehen die Überlegungen aber schon wieder weiter. Wir könnten ja ein paar Testtage dafür streichen. Bei den Testtagen braucht man auch Motoren. Viele sagen, die Vorsaison-Testfahrten zweimal, vier Tage, zwei Wochen insgesamt, das ist doch ziemlich nervig und braucht man nicht unbedingt. Die machen die Formel 1 nicht besser. Da könnte man Geld sparen, da könnte man Motoren sparen und da lieber noch ein Rennen mehr fahren. Also viele Überlegungen, die da mit reinspielen, ist natürlich auch eine logistische Frage. Wie bringt man das unter? Tripleheader haben alle gesagt, auf keinen Fall mehr. Hat man uns auch versichert, kommt nicht mehr. Und dann ist die Frage, wenn 22 Rennen, welche Rennen? Okay, wir haben es schon gesagt, aktuelle Kalender plus zwei neue. Und dann eben diese drei, die fraglich sind. Es schaut leider so aus, als würde Mexiko und Spanien bleiben. Mexiko sah ja schon längere Zeit sehr gut aus. Inzwischen schaut es auch für Spanien sehr gut aus. Das heißt, ein Rennen würde rausfallen. Und das wäre dann, ich würde mal sagen, zu 99,999 Prozent leider Deutschland der Hockenheimring. Macht uns natürlich alle traurig, vor allem nach den Rennen, die wir da in den letzten Jahren gesehen haben. Deutsche Motorsport-Tradition für uns natürlich immer was Tolles. Aber die Chancen stehen leider schlecht. Ich finde es richtig blöd, weil die Rennen in Barcelona sind nicht besonders toll. Außerdem testen wir da. Das Rennen, glaube ich, könnte man als einer der ersten überhaupt im Kalender loswerden. Aber ja, so ist es nun mal leider. Ein anderes Thema, das uns noch ganz ein bisschen beschäftigt hat. Viel weiter hinten, da bin ich jetzt zu faul hinzulaufen. Alfa Romeo, die wurden ja in Hockenheim, um da wieder auch darauf zurückzukommen, bestraft, haben die Punkte verloren. Es geht weiter tatsächlich. Am 24. September gibt es ein Appeal, also gibt es eine Anhörung in Paris. Alfa Romeo hat quasi Berufung eingelegt. Das ist eine sehr strittige Sache. Denn eigentlich handelt es sich dabei um eine sportliche Strafe. Und im Regiment steht ganz klipp und klar, dass diese Strafe not subjected to appeal ist. Das heißt, man kann eigentlich keinen Einspruch dagegen einlegen. Bisschen was Ähnliches haben wir ja schon mal bei Sebastian Vettel in Montreal gesehen. Da gab es dann das Right of Review. In dem Fall ist es aber ein bisschen anders. Sie sagen zwar offiziell gar nichts dazu, weil sie sagen, es ist ein ongoing process. Aber wir haben da so ein bisschen rausgehört. Die einzige Möglichkeit überhaupt, wie man da appealen kann, so eine Entscheidung ist, wenn man sagt, es ist irgendein grober Fehler unterlaufen, den Stewards bei der Urteilsbegründung beispielsweise oder in dem ganzen Verfahren. Was könnte das sein? Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass es das Strafmaß an sich vielleicht ist. Weil wenn ein Auto technisch nicht dem Regelwerk entspricht, ist es meiner Meinung nach eigentlich eine Disqualifikation. In dem Fall hat das Auto ja der Ansicht der Stewards nicht dem technischen Regiment entsprochen. Es gab aber dann eine Stop-and-Go-Strafe. Also gegen eine Disqualifikation könnte man ja auch noch einen Einspruch einlegen. Deswegen ist das alles ein bisschen komisch. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf dieser Schiene läuft. Offiziell sagen will keiner was. Was wir erfahren haben, es geht tatsächlich genau darum, was wir ja schon nach Hockenheim geschrieben hatten, Kupplung. Wie schnell reagiert die Kupplung auf das, was der Fahrer eingibt? Also technisch nicht ganz so kompliziert. Ich habe mich nochmal erkundigt. Es ist tatsächlich eine Alpha-Geschichte. Das heißt, es ist kein Ferrari-Teil. Es ist kein Parameter, der von den Ferrari-Ingenieuren da eingegeben wird. Das Team ist selbst dafür verantwortlich. Also wenig los hier auf der Strecke. Wir haben uns ein bisschen gelangweilt. Ihr habt keine Analyse bekommen. Aber ich glaube, mit den Themen, die wir hier besprochen haben, seid ihr dann doch ganz zufrieden. Und wir freuen uns natürlich auf einen richtig spannenden Qualifikationstag. Das Wetter könnte so bleiben. Und dann, wir wissen es alle, kann natürlich alles passieren. Rennen soll dann nochmal andere Bedingungen haben. Also wir freuen uns auf einen spannenden Ungarn-Gropri insgesamt. Und ihr erfahrt natürlich alles wie immer bei uns auf motorsportmagazin.com.